Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel B.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Warm Sports und der Belagerung. In der letzten Folge haben wir die zweite Story von den ägyptischen Kampagnenstammen abgeschlossen, und zwar die Stadt der Vorväter. Und jetzt machen wir... Oh, es wundert mich sehr. Nun, wir befinden uns jetzt auf dem Plateau von Gizeh, einem überwaltigen Ort mit herrlichen Palmen. Und hatten Sie es nicht geahnt? Seth will ein Wunder. Niemand weiß genau warum, aber raten Sie mal, an wen die Arbeit hingeblieben wird. Erlänge haben nun mal keine Feierabend. Ja, dann machen wir direkt weiter. Wir wollen uns alles wenig Orm machen. Nur seine Pyramid Heads. Aber naja, irgendjemand muss das ja machen, ne? Wir steigen irgendwie selber zum Pharao auf, oder irgendwie sowas. Das Plateau von Gizeh. Donnerstag. Ganz wichtig. Ah, und es ist ungefähr 7.15 Uhr. Nach SET, ägyptischer Standardzeit, natürlich. Nein, na? Nun, das ist eine Supermission mit viel toller Action. Oh nein, meine Augenbrauen. Was macht ihr mit den Augenbrauen? Für Lernende gibt es leider keinen Feierabend. Ne, die Hälfte davon habe ich gerade schon vorgelesen, war zum Teufel. Schuften, schuften, schuften. Boah. Seth will ein Wunder haben. Und er verlangt, dass sie es ihm bauen. Natürlich. Guck mal, wo ich dabei hin muss, man. Da ist er schon eins. Hier muss es errichtet werden. Das ist er schon eins. Und das, um das Wunder zu bauen? Ja, bei euch vier Sterne, ne? Wissen Sie, zu weiss auf jeden von denen da bauen. Hehehe. Doch, wie Sie sehen können, ist die Armee des Pharaos fest entschlossen, ihn wieder schon zu leisten. Hey. Hintergrund immer. Glauben Sie, Sie schaffen das? Ja, klar, ne? Seth, irgendwie nicht. Na gut, dann los. Seth direkt so. Oh Gott. Bauen Sie für Seth ein Wunder am Pferdenrand der Welt. Jetzt haben wir alle Charaktere hier. Da sein sollten. Außer wenig, wo ist wenig? Wir haben hier vier Leute, also muss ich ja wenig irgendwo sein. Dann muss ja. So, erst mal bauen, boah, meine Güte. Ja, erst mal hier. Gegner, die zimieren, wäre vielleicht auch nicht so eine dofe Idee. Das sieht schon nach einer offiziellen Schlacht aus hier. Na, Palmenangriff, was ist das denn? Jetzt mal mit dem Mör... Was? Wie viele Leute? Dann ist schon was kaputt, fast. Dinge nieder, oh nein. Verdammt. Ripping Boy, repressed, meine Güte. Hier kommt Chief Whip. Okay, sind aber nicht so stark, ihre Wunden dazu schon ein bisschen angekratzt. Wunder, ihre Basen, meine ich. Und die bauen nix anscheinend. Der wird doch nicht treffen, oder? Ja, auch, sie sind genauso treffsicher wie sonst auch immer. Erwartet ihr, es kommt ja mit einem Bergfried. Oh, die kommen nicht doppelt dran, okay. Mal, wo ist das Ding hier verbunden? Womit? Hiermit, ne? Also, war... Äh, das ist wahrscheinlich nicht damit wohnen. Wollen wir mal hier ein Ding bauen? Woran machst du denn hier? So, ich sehe hier niemanden, deswegen... Lassen wir halt mal. Machen wir halt mal so. Vielleicht bringt es ja was. Ziel aufgemacht, Ende. Wow. Na, abhalten, mal abhalten, nochmal. Wenn ich irgendwie Ding ins... Magma oder so? Wie ich hier... Niemanden getroffen habe. Ich habe da ganz genau dahin gezielt. Ja, es hat irgendwas gebracht. Slaves, machen sich bereit. Los geht's, feier rein. Okay, die bauen zum Glück. Nächster ist gut. Okay, hier tue ich glaube ich nicht Gold absahen, weil ich hier mich ein bisschen doof anstelle. Ey. Kannst du das wagen, das Ding anzugreifen hat, der gar keinen Schaden bekommen kann. So, jetzt haben wir eine bessere Schussbahn hier, würde ich sagen. Da habe ich von den... Sieben, ich habe noch genug, boah, leck mich. Macht irgendjemand diesen kleinen Turm da kaputt und ja. Wir sind dran. So, jetzt seid ihr dran. Was für eine Massenvernichtungswache mache ich euch den platt. Da haben wir die Minikanonen versuchen, das Ding hier mal kaputt zu hauen. Fantastisch. Seid ihr erledigt? Jawohl. Festung ruiniert. Eine Festung, genau. Turmpulverisiert. Boah, wir haben die erledigt. Sehr gut. Repressed ist alle. Sehr gut. Da hat man nur Tod und Zerstörung in dem Feuer. In der Feuerheit, in der Feuerheit, mitten in die Lappen. Wie du steigst da drauf? Okay, sehr wohl. Okay, so schwecken die Gegner an und zeigen, da ist jetzt die dritte Mission. Boah. So, Neil. Ja, den wir weg drücken. Ja, okay. Dann mach mal, Neil. So. Immer genug von den Teilen. Jetzt, wenn irgendjemand meinen Turm kaputt macht, bin ich dran. So, ganz am Anfang der. So, mal nochmal mit Napalmangriff. Diesmal bitte alle hier treffen. Boah. Ich hab genau da drauf gezielt. Da muss jetzt alle treffen. Bitte. Das ist schon wieder der mächtige Vogel. So gratiös, so anmutig. Das ist auch immer das für ein Viech sein soll. Sehr gut. Boah, da einige schwimmen. Jawohl. Slave to the grind. Ging unter wie ein Backstein. Na, sehr gut. Boah, der hat sich die Granate gegen die Pirne. Repressed wurde ausradiert. Ja, oh, der ist auch beinahe tot. Sehr gut. So, macht man dann. Hoag House ist nächster. Boah, die sind schon alle sehr doch. Wer auf der Ding zielen soll, vielleicht. Die war mit der Granaten und Bazooka, ey. Den treffen wir sowas von. Wow, ey, meine Brücke. Jetzt geht alles hier so in der Luft. Die Brücke wurde kaputt gemacht. Jetzt geht alles so kaputt. Auf einmal bin ich hier. Über einen Jetpack oder so. Ich glaube nicht. Ihr wisst, wird es jetzt nicht wieder so eine 10-Minuten-Folge. So bestimmt 15 Minuten oder so. Na, nächster Bergfriedo. Boah, ich komme mir mal näher, ne? So, was haben wir denn noch für Massenvernichtungswaffen? Hier, ein Minen-Feld. Versuch mal, mach mal so. Er tut sich auch bei Gebäuden auslösen, oder? Also Minen, weiß ich nicht. Welcher sehen? Verdammt. Den Eintreffen erlaubt dich? Nur ein... Den haben wir nicht genau. Es hat ihn genau getötet, sehr gut. Dreckt die Füße? Boah, aber ich will Füße. Was für Füße? Wir haben Füße? Was? So, Whipping-Boisen ist da. Ein paar markeden, wenn bitte. aber da kommt näher jetzt mal einen platz aber eigentlich schon gleich erledigt daher auch auf der dinge war meine kaputt hier meine wege irgendwie so missionen wo man wirklich auf die wege herumlaufen muss und hat unter irgendwie wasser ist oder irgendwie so was da immer geil es gibt irgendwie keine weiteren spieler von worms fords kann er zeigen verstehe ich irgendwie macht natürlich spaß noch mal so lang wie sie treffe ich die so am besten sollte ich komme darüber portal angriff ich hoffe ich hoffe das nein was zum teufel ich habe mich extra länger an wie kannst du es wagen und hier durch oder so war bitte ist nur dahinten aber okay ein kleiner tut endlich armin nein wer tut es wieder auf den button teilen machen er war doof warum konnte ich nicht treffen so endlich es kommt hier so ich dir leid ich treffe dich hoffentlich warte du kleiner jetzt aber ja wohl sehr gut endlich hüppigen boy wurde vernichtet sagt man ich muss das kaputt machen oder kaputt machen verdammt jetzt muss ich ja trotzdem noch alles kaputt machen die firma davon burg haben wir zwei ja ich möchte das ding auch noch kaputt machen mit mich sagt mir doch einer mach mal das hier nein verdammt was passiert gar nichts okay ich habe das ding drauf aber das ist weg fest und pulverisiert werden zerstört das war knapp turm zermalmend was einfach nur bis dahin ich kann ja bauen ich habe schon ein paar leute da hinten platziert da sind ja noch niemand ich glaube die anderen gehen jetzt auch kaputt dadurch wie jetzt oh grabschendung exzellent oben wechselt ich gerne wie macht man da noch mal auch damit aber jetzt nicht so gebracht diesen beiden da in der stelle aber egal ja eine mission in einem part geschafft das ist sehr gut nein was passiert ich war irgendwie in der luft gerade am feststecken ach man werden beide ohne katze er schafft die minengörden ja mir verdammt gebäude reparieren ok so dann danke jetzt nur noch bauen bis dahin schon wieder auf ihn warum so ist noch da ne stuttgart 1 und ein wunder wurde kreiert und wunder montiert wunderbar hier schauen sie es ist seine werkzeugkiste will ich mir nur ein ja das ist eine werkzeugkiste sie glücklich aus was natürlich gut ist aber das hat der fahrer wütend gemacht was sogar noch besser ist ehrlich weil darum hätte ich noch nie in dem hinkommen können oder das ist auch gar lächerlich überhaupt schon vertreibes und so ne aber ich habe nur silber sich gerade warum weil ich alles freigeschalten direkt ägyptische flagge drei pharao es reicht und im bau sehr pharao es reicht okay aber der erste silber verdammt ja gut dann machen wir die ägyptische mission nummer vier in der nächsten folge let's play warmsfort unter belagerung ich bedanke mich alle herzlich für zu schauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge